Hallihallo zu noch einer Special Episode, einer Spezialfolge. Ich dachte nicht, dass ich noch eine mache, aber ich dachte mir, ich zeige mal, wie ich die Models denn vorhabe zu polischen oder wie ich sie polishen. Und falls man die letzte Special Folge nicht gesehen hat, dann einfach, ja, was ist Polishing beim Spiel allgemein, auch bei Mashes und Models und sonstiges, ist halt Optimieren. Also beim Code zum Beispiel die Bugs beheben oder den Code etwas schneller machen, indem man bestimmte komplexe Sachen simpler macht oder sonstiges. Und bei Mashes ist es halt, die Draw Calls so gering wie möglich zu halten. Das heißt, bei jedes Mesh hat ja nicht nur einmal einen, ich zeichne dich und fertig, sondern jedes einzelne Face dieses Mashes hat seinen eigenen Draw Call. Denn einmal, um das Mesh zu zeichnen, also einmal das Polygon zu zeichnen, was wir hier so sehen, dieses Polygon einmal hier zu zeichnen und dann nochmal den Draw Call, um die Textur darauf abzubilden, mittels der UV-Koordinaten. Und dann wollen wir natürlich das optimiert haben, also das Mesh Polishing, indem wir so wenig Faces wie möglich haben. Das ist natürlich dann achtsam und man sollte natürlich auch darauf achten, dass nur das modelliert ist, was auch sichtbar ist. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in das Mesh reingehen, natürlich macht, hallo, geh weg, so, natürlich macht Blender jetzt Faxen mit dem Zoomen, ich hasse es. Wir, ah ja, warte, so, so, lass mich rein da, ich will da rein. So, wie wir hier drinnen sehen, haben wir ja hier Faces, die wir gar nicht sehen können und die dann unnötigerweise auch Draw Codes aufrufen und dann verwendet werden. Das ist natürlich etwas blöd und deswegen zeige ich einfach mal, wie wir das halt einfach polischen. Ich werde jetzt nicht alle Mashes polischen, also ich werde schon alle Mashes polischen, aber ich zeige einfach nur, wie ich das jetzt hier bei der Kaserne einmal mache. Was ich auch einmal mache ist, ich werde einmal die Schatten anmachen und einmal zack, so sieht das dann aber schon ein bisschen hübscher aus, ich mag das so. So, und dann haben wir zum Beispiel hier einmal diese eine Wand, die offensichtlich aus drei oder nicht mal aus drei, sondern aus mehreren Faces besteht. Warum hat er eben, hat er gerade eben ein anderes Face noch angezeigt? Naja, egal. So, wir haben auf jeden Fall hier drei Flächen und auf diesen drei Flächen ist da diese Textur und das ist natürlich unnötig, also markieren wir alle drei Flächen einmal und drücken einmal F und dann haben wir hier nur noch eine Fläche anstatt mehrere kleine Flächen, also wenn dann zum Beispiel jetzt einmal auf Z drücken und dann Wireframe Mode, dann sehen wir hier an dem Flächenpunkt, der ausgewählt ist, da dieser ganz kleine leuchtende Punkt, er wird leider nicht größer, wenn man ranzoomt, aber bei mehreren Flächen sieht man ja hier so ganz klein, ich hoffe, dass man das sehen kann, auch weil wenn YouTube das nochmal encoded und ich dann nochmal und aber man sieht hier ganz kleine Punkte für die einzelnen Flächen, diese kleine mittlere Punkte und wie wir hier bei diesem Mesh hier sehen, äh, nicht diese, sondern das hier, das hier nur noch ein Punkt ist und so haben wir das dann schon mal optimiert, indem wir natürlich nur ein Face benutzen, wie auch zum Beispiel für hier, denn warum drei benutzen, wenn wir auch einfach eins benutzen können. Das können wir dann natürlich auch nochmal hier für die Fenster einmal machen und vorher einmal für diese hier, diese inneren Flächen einmal zu einem machen, jetzt hat diese aber noch drei Vertex-Punkte und dann können wir einmal hier in den Vertex-Mode gehen, weil, wie wir sehen, hat er noch die Vertex-Punkte hier beibehalten, weil er macht daraus zwar eine eigene neue Fläche, aber diese Vertex-Punkte werden beibehalten und diese Vertexe werden in der Berechnung mit reingeballert, also Hallo, Ace ist aus dem Schnitt, ich weiß, ich habe gesagt, ich bin zu faul, um die extra Episoden zu schneiden und ich will sie nicht schneiden, aber ich habe mir gedacht, für dieses Problem, was ich immer habe und wie gesagt, ich bin halt auch nur ein Kurvorscheinblender, so, dass halt, wenn man Faces kombiniert, um daraus nur noch ein Face zu machen, das ist ja eine schöne, nützliche Methode, aber was halt immer abfuckt ist, dass dann halt diese wertigste übrig bleiben und es gibt natürlich eine Lösung und die habe ich jetzt hier reingeschnippelt, weil ich ein Irrenmann bin, so, deswegen markieren wir einfach mal alle Faces hier, weil ich werde das ungefähr an derselben Stelle reinschneiden, wie ich das hier hier gerade so mache, aber mehr werde ich auch nicht reinschneiden, so, und dann markieren wir einmal alle Faces, natürlich wieder alles immer mit denselben Problemen, so wie es sein soll, so, und wenn wir jetzt einmal hier in die Vertex-Ansicht gehen, dann haben wir hier die Vertexe, ja, und das wollen wir natürlich nicht, also gehen wir auf Mesh, gehen auf Clean Up und dann nehmen wir Limited Dissolve und durch Limited Dissolve werden sie automatisch entfernt, wunderbar, ich liebe es, und ich glaube, ich werde es an der Stelle reinschneiden, wo ich das hier Tose kombiniere, denn auch wenn wir das jetzt eigentlich einmal hier so schnappen, mappen, so, schnapp, 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 schnappi, ich kann das noch nicht mal mehr markieren, weil da halt diese unnötige Werkstexte sind, und wenn ich dann jetzt hier auf das schnappi und dann Clean Up und dann Limited Dissolve, dann funktioniert das auch, Magic, it's Magic, Blender ist gar nicht so schlecht, Blender ist schon echt verdammt gut, so, naja, dann viel Spaß mit der weiteren, mit weiter der Special-Folge, ciao! Der berechnet ja, ey, hier ist ein Vertex anstelle, bla bla bla, x, bla bla bla, y, bla bla bla, z, und die ganzen anderen Sachen, die er noch hat, der hat Scale so und so, der hat Rotation so und so, und das brauchen wir natürlich nicht, deswegen nehmen wir einmal hier diese unnötigen Vertex hier und können die eigentlich einmal alle nehmen, und wenn ich mich nicht irre, können wir dann einfach auch sagen, bei Clean Up, der Methode, was hier, ne, ich glaube es war bei Mesh, und dann einmal auf Clean Up, und dann einmal irgendwo mit Dingens hier, da haben wir auch das Fill Hole, äh, ich weiß nicht mehr, wo es ist, na egal, dann löschen wir einfach, ah, nee, wir sollten sie nicht löschen, sondern wir sollten sie einmal nehmen, und dann einmal hier diesen Vertex nehmen, und dann drücke ich einmal M, und dann sage ich einfach, der letzte Punkt, und dann verschmelzen sie einfach mit diesem einen Vertex Knoten, also einmal diesen Vertex nehmen, diesen Vertex nehmen, dann die letzten nehmen, M drücken, und dann Add Last, und dann Combination C, aber jetzt dreht er hier durch, weil das hier ist noch kein einzelnes Face, also sagen wir hier einfach einmal bitte, yo, mach mal ein Face draus, wieder in den Vertex Mode gehen, und dann können wir die Vertex auch verschmelzen, zack, jetzt dreht er aber durch, was die Dings angeht, was die Textur angeht, das ist etwas blöd und etwas hinderlich, also können wir hier einfach einmal sagen, wir machen das in den Center, so, und dann können wir das hier einmal D beiden nehmen, und dann M, und dann einmal Center, und dann dreht er etwas durch, was etwas doof ist, das ist zwar jetzt ein bisschen problematisch, aber das können wir auch gleich fixen, das mache ich mal hier, verbinde die Vertexe, dann sage ich, du bist jetzt hier, Last Vertexe, und dann sage ich, du bist jetzt hier, Last Vertexe, oh, und dann ist ja dieses Face etwas messed up, ich nehme einmal hier diese 4, mach daraus 1, ich gehe wieder Vertexe, so, sagen wir einmal hier, verbinde das, sagen wir einmal hier, du, du, verbinde dich, so, und dann nehme ich einmal das Face selbst, denn dieses Face, wie wir hier sehen, ist jetzt ein bisschen durchgedrayed, also könnte man jetzt theoretisch einfach einmal sagen, Smart on V, sub, und dann ist er auch schon wieder normal, so wie er sein soll, dann können wir einmal hier die beiden Faces verbinden, und hier, das ist sogar merkwürdigerweise ein Triangle geworden, irgendwie komischerweise, na egal, machen wir ein Face draus, und dann sieht das auch schon wieder vernünftig aus, und dann markieren wir die alle einmal, und sagen einmal wieder Smart on V, wupp, und dann haben wir das auch schon wieder korrekt, dann können wir hier auch wieder die Faces einmal in die Fläche machen, dann die in der Fläche machen, so, dann einmal die in der Fläche machen, wupp, und dann werden daraus dann nach und nach einzelne Faces, wo wir dann auch auf jeden Fall sehr viel sparen, denn, äh, das ist eigentlich auch nur eine gute Frage, wo zeigt er das eigentlich nochmal an, dass er, wie viele Wertigse er jetzt insgesamt hat, und wie viele Faces, das ist eigentlich eine gute Frage, aber, ja, keine Ahnung, ich sehe es hier ehrlich gesagt gerade nicht, naja, was soll man machen, so, äh, nicht Center, sondern bitte, last, 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 so, und dann einmal du, nach da, und dann, last, du, nach da, und dann, last, und dann, ihr, ihr, geht nach hier, hinter, du, das nach da gehen, last, du, das nach da gehen, last, so, und dann einmal hier, dich schnappen, Mappen, u, smart on you, für, wupp, dieses Face hat scheinbar ein falsches Material, aha, interessant, gut, dann weise ich mal das richtige Material zu, assign, so, dann haben wir das, so, dann haben wir hier diese Faces, da das eine komische Form hat, sollten wir das so beibehalten, aber hier zum Beispiel die beiden, das muss keine separaten Faces sein, dann haben wir da wieder die Vertexe, die wir dann wieder kombinieren, also einmal zum letzten Punkt, und einmal zum letzten Punkt, ja, dann haben wir das auch, gute und ganze, dann haben wir hier wieder was, einmal hier, F, Vertexe, einmal hier, last post, und last post, und dann, ist das schön geschmeidig, wo bin ich, Hilfe, Hallo, lass mich doch raus, what the hell, was macht der denn, wo hat er mich hingeschickt, Junge, so, dann natürlich auch noch wichtig, alles, was innerhalb, der, des, des Mashes liegt, und sichtbar ist, und natürlich alles, was unterhalb ist, brauchen wir gänzlich gar nicht, also können wir hier einmal die unteren Flächen markieren, X, mach die Faces weg, denn, das wird nicht benötigt, denn wir gucken ja nicht von unten auf dieses Mesh drauf, also, alles, was unterhalb ist, komplett useless, brauchen wir nicht, unnötige Calls, wollen wir nicht, tschüss, tschüss, und dann, Faces, und tschüss, dann haben wir das auch schon mal geklärt, so, dann einmal rein, und alles, was von innen zu sehen ist, also einmal zum Beispiel hier, da können wir dann gucken, das ist noch okay, aber der ist schon wieder zu weit, dann der Lücke guckt wieder raus, also können wir alles ab dahinter, diese Drehung, das ist auch nervig, so, dann können wir einmal alle nehmen, und dann einmal hier alle nehmen, gehen wir da hin, so, so, dann können wir hier einmal alle nehmen, hier alle nehmen, dich nicht, hier alle nehmen, da muss ich nochmal gucken nach draußen, ob er da nicht überlübt, gut, so, das ist okay, so, so, und dann sagen wir nochmal hier, einmal bitte alle, die drüber lücken, so, und auch, halt auch nicht, äh, oh Gott, ich hasse das Zoom in Blender, es ist so eklig, so, haben wir auch nichts Doppeltes, gut, dann einmal wieder rein da, so, dann einmal das markieren, so, dann mal euch hier alle markieren, euch hier, außer die da, die will ich nicht, so, die sind auch alle okay, einmal die hier markieren, außer die äußersten, oder, ich glaube nicht, dass die raus gucken, oder, gucken die raus, nee, die gucken nicht raus, also können wir die auch getrost weglöschen, so, bei dem ist halt die Frage, der hat da dieses Face, und das da, so dieses Element, also lassen wir das da, äh, 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 wo zum Teufel bin ich jetzt schon wieder, äh, das ist auch so bescheuert, äh, so, einmal hier die ganzen Faces, so, äh, ne, äh, so, so, na, dich, dich, so, dann einmal euch alle hier, so, dich hier, dann haben wir die, da müssen wir nochmal drauf achten, guckt das raus, nee, das guckt nicht raus, so, so, und dann nochmal hier gucken, da war lag, Lucia hat nichts raus, und dann einmal von außen betrachten, haben wir irgendwelche äußeren Sachen entfernt, nein, gut, dann X, Faces, und dann löschen wir diese einmal weg, weil da unten ist jetzt hier so, ist ein bisschen was weg, dissolved, aber das ist ja ganz egal, das kann uns egal sein, weil das sieht man ja auch nicht, hier haben wir da diese Rundungen, und da ist jetzt die Frage, lüppert diese Rundung nach draußen, nein, die ist komplett drinnen zu sehen, also können wir das auch einmal löschen, Faces weg, dann haben wir hier nochmal dieses Face, was auch unnötig ist, das können wir auch nochmal löschen, so, Schüsikowski, und da haben wir da nochmal so ein Single Face, das können wir auch nochmal weg machen, dann sind die ganzen Faces, weg, auf Speck, Mac, so, das hier ist ja das Face, alright, alright, und dann kann man das, ich werde diese Special Folge nicht so extrem lang machen, also ich werde nur so ungefähr zeigen, was für Sachen ich denn alles so entferne und raus löschen, und dann nochmal hier das, dieser untere Ringmeng, außer das äußere, und hier auch nochmal der untere Ringmeng, denn das sind alles unnötige Faces, die werden alle nicht gerendert, also die werden alle nicht sichtbar sein, also brauchen wir sie auch nicht rendern, total unnötige Drawcalls, die wir alle nicht benötigen, so, dann, ups, dich will ich behalten, aber dich will ich nicht behalten, so, und dann nochmal dich hier, sup, 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 ist da irgendwas draußen markiert, aha, 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 hier was draußen markiert, nope, alright, dann aber das, und tschüss, so, dann haben wir das Ganze auch schon, und dann dasselbe, dieselbe Gaudi hier, mit den ganzen anderen, innenliegenden Faces, die alle unnötig sind, zum Beispiel auch hier, sehen wir, ein super unnötiges Face, das ist einfach nur dieses, Triangle von unserem Extrude, was da war, und dann haben wir hier diese Faces, und hier diese Faces, und da bei diesen Faces, ist hier diese kleine Problematik, dass hier diese Kante überlüppert, deswegen können wir ja jetzt nicht direkt da ein Face draus machen, aber wir können es ja verschieben, denn wir haben ja unser, behalte unsere UV bei, schieben den hier einfach rüber, nehmen dann die Flächen, wenn das dann in einer Linie ist, und machen dann ein Face draus, dann müssen wir natürlich auch wieder die wertigste, die unnötigen wieder rauslöschen, und dann kommen wir mal zu unserem Turm hier, denn hier beim Turm sehen wir auch, hier ist ein gutes Stück innerhalb von unserem Gebäude drinnen, also können wir da dann auch einfach einmal sagen, markiere alles, was hier in diesem Gebäude drinnen ist, also markieren wir einmal alles, du, 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 alles, was hier einmal zu sehen ist, so, so, und dann nochmal hier, so, dich will ich haben, und dann können wir einfach von außen einmal gucken, welche wollen wir nicht haben, zum Beispiel dich wollen wir nicht, so, da einfach, weil aus Prinzip machen wir den auch weg, dann sagen wir, die wollen wir behalten, und dann sagen wir hier nochmal, dass wir die behalten wollen, so, und da wollen wir auch nochmal die alle behalten, 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 und behalten, so, so, und jetzt ist es eigentlich nichts mehr, außer da oben, das Dach ist aus Versehen noch ausgewählt, diese kleine weiße Fläche, und dann, oh Gott, ich hasse es so sehr, so, und jetzt haben wir nichts mehr offensichtlich, wie wir sehen können, und dann können wir die Lead Faces, und dann sind die Faces hier drinne, die wir nicht benötigen, auch weg, außer die hier von diesem inneren Kreis, da machen wir die auch nochmal weg, und tschüss, und so, nach und nach, jetzt in ewiger Kleinstarbeit, werde ich dann alle Flächen ersetzen, und aus allen einzelnen Flächen hier, oh man, es nervt so hardcore, so, ähm, äh, zoomen ist wirklich schlimm, aber das Problem ist, wenn ich nicht zoomen nach dem Paint, äh, nach dem, äh, nach dem Maus Cursor mache, dann ist es noch schlimmer, dann kann ich nämlich, äh, ab dieser Distanz schon, so, ab dieser Distanz kann ich dann nicht meine Faces ranzoomen, ich weiß nicht, ob es am Blender liegt, ich weiß nicht, ob es an meiner Vision liegt, eh, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber auf jeden Fall, es ist sehr nervig, ich würde mir nämlich wünschen, dass er nur da ranzoomt, wo mein Maus Cursor ist, damit mit dieser Zoom Glitch weg ist, aber er wieder normal von der Mitte aus, dann sich dreht, und nicht immer vom Maus Cursor aus dreht, das ist nämlich echt verwirrend, naja, so, machen wir aus einer Fläche, jo, und dann haben wir ja hier diese Vertex Punkte, aber ich war auch der Meinung, es gab irgendwie, äh, Option, um die unnötigen Vertexe loszuwerden, aber ich habe vergessen, wo es war, war es bei Clean Up, war es bei, äh, Limited Dissolve, oder Decreased Dissolve, hm, machen wir mal, hier den Wert ein bisschen höher, nee, damit entfernt er sich schon mal gar nicht, also machen wir mal zurück, es gab irgendwo eine Option, um die unnötigen zu löschen, Dissolve Vertexe, wuuh, das ist es schon mal nicht, Face Split, Tessna Dings, nee, okay, das war es schon mal nicht, aber ich weiß ganz genau, irgendwo gab es eine Methode, um die doppelten Vertexe wegzumachen, aber war es bei Clean Up, Make Plinear Faces, das macht ja die Dings, hm, war das unter dem Vertex Tab, Vertex Dings, Vertex Fuchs, Mad Vertex Parent, nee, das scheint schon mal nicht der Fall zu sein, wo haben wir das hier, wo haben wir das hier, white edge faces, triss, wireframe, face data, scheinbar ist das das auch nicht, schade, vielleicht war es auch, war es auch außerhalb des Edit Mods, vielleicht so, Objekt, Clean Up, und dann, Remove Useless Material Slots, das ist doch auch praktisch, dann fern wir mal die unnötigen Materials, die da drauf sind, das ist ja eine nützliche Sache, Objekt, Clean Up, und dann haben wir es nicht, aber scheinbar auch nicht hier den Modus, einmal Selected vielleicht, hm, 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 Select Loops, Mars, Link, nee, 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 finde es nicht, ich war der Meinung, es gäbe eine Funktion dafür, noch einmal, um die überflüssigen Vertexe wegzumachen, ich weiß nicht mehr, wo es ist, wie gesagt, ich bin auch kein Blender Pro, ich bin just ein Cool Fuscher im Blender, aber, Split Non-Planar Faces, Corrective Faces, Delete Loose, was ist Delete Loose? Also, die Vertexe hat er jetzt, nicht weggemacht, oder? Nö, die sind noch da, hm, ja, naja, auf jeden Fall, habe ich ja jetzt präsentiert, wie ich dann die Modus polische, also nach welchem Prinzip ich sie polische, denn es ist ja eigentlich ganz simpel, also alles, was außerhalb der Kamera ist, kommt weg, alles, was innerhalb des Mashes selbst liegt, kommt auch weg, weil zum Beispiel auch der Turm hier, der hat ja auch unnötige, glaube ich, unnötige innere Faces, kann das sein, nee, eigentlich, eigentlich nicht, aber hier oben zum Beispiel auch, dieses Face hier, dieses unnötige Face, wir sehen das Gebäude immer nur so, 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 egal wie, aber wir werden es nie von unten sehen, wir werden es niemals von uns, von dieser unteren Perspektive betrachten, außer ihr macht einen Ego-Perspektiven-Modus noch in das Spiel rein, dann könnte man es sehen, so, aber eigentlich, ansonsten werden wir jetzt in unserem Projekt dieses Face niemals sehen können, also wozu haben wir es? Löschen, tschüss, adios, auf nimmerwiedersehen, so, deswegen, alles, was nicht im Sichtfeld ist, kommt dann einfach einmal komplett weg, das brauchen wir nicht, so, gut, und, ja, dann könnt ihr, ansonsten, wenn ihr, wenn dieses Special Episode rauskommt, könnt ihr dann ja, äh, entweder schon sehen, dass die Mashes geupdatet sind im Projekt, ich glaube aber gerade das Projekt, äh, bin ich selber noch am, äh, was machen und up to the daten und auf GitHub was anders zu machen, denn wir sind ja jetzt im Multiplayer-Dings-Bereich und, ja, deswegen kommt da ein neues Responsibility-Dings und, ja, naja, ich wollte nur mal eine Special Folge machen und zeigen, wie wir dann die Mashes besser polischen können und so, dass wir dann einzelne Faces haben, anstatt Dutzende, wie zum Beispiel auch, hier hat es ein bestimmter, bestimmte, bestimmte, extra Faces, jetzt zum Beispiel diese hier, die haben einen speziellen Grund, denn wenn ich jetzt auf Material Size gehe, und wenn wir dann hier so einmal gucken, sehen wir, dass das Lightning ist etwas anders, wenn wir hier nochmal diesen Edge nehmen und dann diesen Edge einmal ganz nah dran machen und dann haben wir hier nämlich einen smootheren Übergang und eine harte Kante, deswegen sind von diesen Baumstämmen diese Edges hier, da nochmal diese Extra Faces, das sind keine unnötigen Extra Faces, das hat was mit dem Lightning zu tun, denn dadurch wird dann dieser Zylinder, weil der Zylinder hat halt ein komisches Lightning, wie man ja auch hier so betrachtet und jetzt sieht man auch schon so in diesem vorgerennerten Shadow Mode, dass das dann schon mal so etwas besser aussieht, wenn das dann Close To ist, also da nochmal Extra Faces dran sind, wie zum Beispiel jetzt einmal hier, da hat er jetzt ein komisches, differenziertes Lightning, aber wenn wir jetzt einmal das einmal nehmen und das noch näher dran machen, dann sieht das Lightning etwas besser aus und die Schatten, die da drauf dargestellt werden, darum haben die nochmal Extra Faces und darum werden die dann nicht gelöscht, diese Extra Faces, die hier sind. Welche man halt löschen kann, sind alle, die innerhalb des Mashes liegen, aber ansonsten braucht ihr die, damit das einfach nur aus der Lightning Perspektive, wie man auch hier so sieht, hier dieser Schatten, dieser komische Schatten, diese Reflexion, deswegen habe ich auch die Schatten einmal angemacht, weil das geht dann nur weg, wenn wir dann diesen Trick anwenden, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in den Wireframe-Modus gehe und dann sehen wir, hier ist nur, ups, nicht dich, nicht dich, dich, warte, ja, so. So, hier haben wir nur diesen Bereich, also einmal das hier und wenn ich jetzt hier einmal wieder in den Songbook gehe und wir sehen hier, da, jetzt ist hier dieser komische dunkle Schatten, diese sehr merkwürdige Schattenstruktur, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das hier einmal nehme und dann einmal, warte, wie komme ich in deine richtige Direction, ne, so, auch nicht, will er irgendwie nicht, dann versuche ich es mal per Hand, warum nimmt er nicht die richtige Direction? Ja, dann versuche ich es irgendwie anders, dann versuche ich, dann machen wir es halt anders, dann machen wir einmal mit dem Loop-Tool, Loop-Tool und dann ziehen wir das da runter, so, und dann, wie wir sehen, jetzt bin ich nämlich überall des Matches gewesen, guckt, was passiert, wenn ich außerhalb des Matches bin, aber jetzt, wie wir hier sehen, jetzt ist da so dieser komische Schatten und wenn wir hier so runter gehen, dann ist der Schatten, jetzt ist es sehr close zu der Kante, wie wir hier sehen, wie bei den anderen und dann ist der Schatten viel schöner und das Lightning ist schon mal viel schöner, aber dieses mittlere hier, diese mittlere Faces, die sind unnötig, die können wir wegmachen, also da können wir das einfach wegmachen, einfach F drücken und dann daraus ein String hier so machen, also eine Bahn machen, dass da jetzt so ein extra Mesh ist, das ist komplett unnötig, das brauchen wir nicht, so, und wenn wir dann auch wieder in den Material Mode sehen, sehen wir ein bisschen, dass das hier so ein bisschen fucked up ist, so ein bisschen blöd aus, sie sieht, aber das ist nicht ganz so schlimm, denn wir können ja einfach die UV Map hier einmal wieder neu anpassen, wenn wir einmal hier alle gemacht haben, so, dann machen wir hier einmal 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 so, und dann haben wir das, es nervt so hart, so, und dann können wir hier einfach die ganzen neuen Eimer nehmen, die wir erzeugt haben und dann einfach Smart URI benutzen, einmal U, Smart URI, plupp, und dann sieht es auch schon wieder ordentlich aus und dann hat es das Ganze auch schon, so, und jetzt ist es zum Beispiel ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, so, wenn wir, wenn ich mal so ein bisschen, hm, 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 das gefällt mir irgendwie nicht, machen wir mal, stretchen wir es mal ein bisschen, dass es ein bisschen stretchiger aussieht, ja, so ist schon besser, und so können wir dann zum Beispiel hier von den ganzen Mashes, wie zum Beispiel auch hier das, das können wir dann einfach zusammen machen, und damit wir weniger Faces haben und damit das Lightning dann auch wieder gut aussieht, können wir an den Ränderkanten, ups, falsch ist, einmal an den Ränderkanten so einen Dings hinzufügen, eine harte Kante und dann sieht das Lightning auch wieder schön aus, dann sieht es gut aus, aber hier in der Mitte, diese beiden brauchen wir nicht, ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt so F drücke, nee, dann versucht er das einfach neu zu reconnecten, schade, wäre aber cool gewesen, so, aber dann können wir da einmal Faces machen, einmal Faces machen und so weiter, ich werde jetzt nicht alles zeigen, wie ich das abändern werde, aber, wie gesagt, so einmal dann das Lightning verbessern, damit das gut aussieht, und dann die unnötigen Faces weg machen, und dann noch darauf achten, auf Z-Flickering, guckt mal da, seht ihr die Faces, die kleinen hier von dem Schornstein, achtet mal hier, wo die Maus jetzt da ist, und dann, da ist so ein Z-Flickering, denn, was ist Z-Flickering? da sind Faces genau auf derselben Höhe, wie unser Dings, wie wir hier sehen, ich kann es, ich kann es nicht mal markieren, ich kriege es nicht mal markiert, das ist schon, daran merkt man schon, alright, hier ist irgendwas verkehrt, denn, das ist nämlich eigentlich nur ein Face, und wenn ich das jetzt ein bisschen rausziehe, so, müssen wir darauf achten, dass es kein Z-Flickering gibt, also, dass die Mashes genauso, auf derselben Oberfläche sind, wie zum Beispiel, hier die, die sind okay, so, aber hier, da, da, das, achte mal, hier auf diese Ecke, und jetzt hier, da, es flackert, dieses Flackern, und das ist, wenn wir jetzt hier einmal in den Edit Mode gehen, das ist, weil das Face genau auf derselben Position ist, also auf der exakt gleichen Position, wie der Schornstein, und wenn wir auch nochmal hier in den Edit Mode sehen, dann sehen wir zum Beispiel, hier, da sind, da sollten eigentlich Faces sein, sehen wir aber nicht, weil die halt, exactly, die sind halt, hier einmal, so, einmal schnapp, und jetzt ist das Face auch da, weil es hat einmal ein Z-Flickering, ich habe es auf derselben Position drauf geballert, das war mein Fehler, aber ich repariere sie ja auch alle, ich mache alles ein bisschen crispy cleaner, und wenn wir auch hier zum Beispiel, dieses, diese flache Ebene hier, von dem Schornstein jetzt, da haben wir auch so ein sehr melkwürdiges Shading, und dieses Shading in dieser Ansicht, mit dem Shader, wo ich das aktiviert hatte, habt ihr hoffentlich gesehen, ja, das war direkt hier, da kann man die Shader einmal anmachen, aber selbst ohne Shader sieht man das sehr gut, aber so einmal mit Schatten kann man das nochmal genauer sehen, und wenn wir hier schon so sehen, wie dieser Schatten einmal ist, jetzt ist halt so die Frage, man könnte einfach zum Beispiel auch die Faces einfach in Flat machen, also einmal Flat Shading machen, aber das wäre dann halt nicht so gut, weil wir arbeiten mit Normal Maps, um halt Details in das Mesh reinzubringen, also ist das halt so keine Option, und da kann man das dann halt auch einfach wieder einmal loopen, und dann einfach einmal hier so runterziehen, so gesehen, dann würde man zwar mehr Faces produzieren wieder, aber da würde ich, dass wir sehr viele weglöschen, können wir für solche Details ruhig ein paar hinzufügen, das ist dann nicht allzu kritisch, so, und dann können wir hier das Shading von dem Objekt einfach mal optimieren, so dass das dann auch schön smooth und hammer aussieht, dass wir dann schön hart an die Kanten rangehen, so, und dann sehen wir da schon, so, dann hat es schon mal ein viel schöneres Shading, und dann auch wenn wir mit unseren Normal Maps arbeiten, und sonstiges mit den Materials, dann sieht das einfach schon mal ein bisschen crispy cleaner aus, dann hat das alles schon mal was viel besseres, dann sieht das schon mal viel besser aus, so, und dann ziehe ich hier das, das ist etwas close, und jetzt zum Beispiel hier das Innere, dieses Innere, sieht dann hier wieder ein bisschen blöd aus, dann nehme ich einfach mal die Vertexe hier, die wir da unnötigerweise haben, und sage einfach, baller die mal in die Mitte, jetzt nehmen wir die, 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 und ich nehme da einfach mal, und dann sage ich hier das Letzte, so, dass wir nur hier an der Kante, diesen smoothen Edge haben, diesen smoothen Shading, so, dann kann ich hier einmal nochmal ein bisschen rangehen, so, dann gucken wir uns das einmal in texturiert nochmal an, ob das noch gut ist, jo, der sieht gut aus, und das ja oben, und hier dann, dann können wir da einfach wieder sagen, verbinde einmal diese unnötigen Triplings hier, diese Drillinge, dass wir die einmal verbinden, weil hier in der Mitte brauchen wir das nicht in der Fläche, so, aber halt hier an den Kanten einmal, dass wir das dort einmal direkt haben, um das schönere Lightning zu bekommen, und zu generieren, so viel dazu, zum Shading, und zum Lightning, da muss man halt überall immer ein bisschen tricksen, das ist halt die Sache, man muss halt immer abwiegen, man muss halt abwiegen, welche Faces kann ich mir erlauben, und welche halt eben nicht, so, also, weil, man muss ja auch bedenken, weil, wir wollen ja optimieren, wir wollen ja alles performant haben, bis zum letzten Tröpfchen, der möglich ist, und weil zum Beispiel jetzt auch hier drinnen, sind ja unnötige, hier diese unnötigen, vier Stück sogar, und dann sagen wir einmal Center, boom, einmal hier, und dann einmal, ja, dich, und da nicht, dich da, dich da will ich haben, so, und knack die Knuck, so, und dann einmal dich, dich, und, nein, ich will den, nein, ich will den mittleren, der mittlere, äh, hab ich nicht, tschüss, so, 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 und tschüss, so, und dann haben wir das, und was eigentlich auch noch gut fürs Shading zum Beispiel wäre, da das hier offensichtlich ja ein Schornstein ist, können wir das Smooth Shading für das Innere eigentlich komplett sogar weg machen, weil wozu sollten wir hier Smooth Shading brauchen, denn dieser Schornstein ist immer bedeckt von, äh, der ist immer bedeckt von Qualm, und dann hier drunter, können wir einfach einmal sagen, dass wir das einmal in Flat machen, hm, hm, so, dass es da halt keine richtige Reflexion hat, Flat, so, dass es da schön hartkantig rein ist, und guck dir dieses schöne Shadow Lightning an, das sieht doch knusprig aus, das sieht doch knusprig aus, so, dann warte mal hier, machen wir, nehmen wir das da, so, und sag mal, äh, nee, nee, so, ein bisschen closer to Mosa, so, das ist doch hübsch, so, und dann haben wir hier ein Crispy Shading, das sieht doch knusprig aus, das ist doch knackig, so wollen wir das haben, so wollen wir das, so, ich werde jetzt weiter, äh, die ganzen Mashes optimieren, denn es sind ja ein paar geworden, so, und guckt euch mal das, seht ihr das da, das muss ich noch zeigen, guck mal hier, dieses Z-Flickering, äh, was ist dieses Z-Flickering, von woher kam das, dieses, auf der Distanz, da ist ein Z-Flickering, woher kommt das, dreimal dürft ihr ran, schreibt es in die Kommentare, und genau, es liegt daran, weil dieses Dach, hat ja noch, ein Face innen, also, äh, es hat ja noch ein Face, es hat ja noch Faces hier drinnen, die noch existent sind, und die braucht es ja eigentlich gar nicht, weil, die sind ja gar nicht, äh, die sind ja gar nicht in Use, deswegen ist es natürlich schlauer, die Dachteile einmal zu separieren, denn wir zeigen ja nur hier, dieses kleine Stück, also wir haben ja hier jetzt einfach, da, äh, Face ist aussehen, wir haben ja nur dieses kleine Stück hier von dem Dach, äh, so, hab ich es jetzt? Jo, jetzt hab ich es, weil wir sehen nur dieses, wenn wir es sehen, jetzt sehen wir es, dieses kleine Stück vom Dach, und deswegen können wir das Dach einmal auch wieder mit dem Loop Tool splitten, und dann an der Kante weg schnibbeln, wo wir das halt nicht mehr brauchen, weil das hier ist ja jetzt eine Fläche, also, wenn ich das jetzt hier einmal drehe, süp, dann haben wir das einmal da, und wenn ich jetzt hier einmal drehe, und jetzt hier einmal zurückgehe, seht ihr, es ist leicht orange, das ist, das, der innere Cube, der da ist, das sieht man natürlich nicht, ne, das ist jetzt nur im Blender, aber ich wollte es nur erwähnen, so kann man gut Faces erkennen, die unterhalb sind, naja, und nochmal hier zum Vergleich, dieser Schornstein, das sind alles ja dieselben Schornsteine, ich hab ja, die einfach nur gekopiert und paste, aber hier nochmal das Shading von diesem Schornstein, und dann nochmal das crispy, cleane Shading von diesem Schornstein hier, der sieht doch schon mal viel knuspriger aus, so, außer mit dem Unterschied, dass ich hier diese ganzen Faces, irgendwie, obwohl ich sie auswählen kann, liegt das daran, dass es gerade gedingst ist, ich guck mal nach, ach so, das liegt nur daran, weil ich die, die Solid Shadows anhabe, deswegen können wir die gerade schlecht sehen, so, aber die sind, sie sind da, um zu überprüfen, ob sie da sind, kann man einfach Z, Material Mode, und sie sind da, offensichtlich hier, aber look at there, look at there, da ist, da ist was nicht am Start, so, weil das sollte ja eigentlich, das sollte ja eigentlich so sein, dass man das auch sehen kann, jetzt habe ich es wieder genau auf der richtigen Position gemacht, ja, ein bisschen, weil das sollen ja nur Akzentsteinchen sein, so kleine Akzente, dass das einfach, ja, einen eigenen Charme hat, so, wie ich halt, ne, so, und dann einmal hier, loopen, gib mir doch mal die Kanten hier, so, so, und kleine Details müssen ja immer sein, ne, das muss ja auch hübsch alles sein, aber ich wollte nur nochmal erwähnen, guck dir dieses, diesen knusprigen, beleuchteten Schatten an, und dann guck dir mal diesen, komischen, nicht so, knackigen Schatten an, der, bisschen, merkwürdig ist, boah, und mit diesem Husten, verabschiede ich mich, zu der dritten, äh, Special Folge, ob nochmal eine Special Folge kommt, mal sehen, wer weiß, keine Ahnung, ich nehme es ja spontan auf, ich schneide es wieder noch, noch bei leichten Musik rauf, ich lade das einfach so hoch, wie OBS mir das aufnimmt, und dann, let it rip, und ich habe heute schon eine Folge hochgeladen, also, ähm, die vorerst letzte Folge vom RTS Tutorial, also nicht die finale letzte Folge, sondern einmal erstmal Pause, damit die Leute auch hinterher kommen, und weil, ja, das eher erstmal noch ein bisschen, das ist, äh, dauert ja erst noch ein bisschen, bis dann, äh, die Leute auch diese stundenlangen Tutorials, dann mal soweit sind, deswegen lasse ich mir erstmal ein bisschen Zeit, bis das nächste RTS kommt, ich muss sowieso erstmal ein paar Sachen machen, und herausfinden, wie ich das mache, so, ich weiß ja auch nicht, alles instant, so, ne, ich mache ja auch viele Sachen, muss ich halt gucken, wie mache ich das, wie setze ich das um, wie verpacke ich das einfach, dass man das auch einfach erklären kann, wie mache ich das einfach, dass es für ein Tutorial gut ist, und, 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 da gibt es ja viel Arbeit an so einem Tutorial, als nur einfach mal, okay, dann schreiben wir hier fertig, und bla, aber, ja, gut, dann, bis zur nächsten Special Folge, oder bis zum nächsten Tutorial von mir, bis zum nächsten Mal, dass du, lieber Zuhörer, meine Stimme hörst, bis dann, ciao.